Hallo ihr Lieben! So, endlich kommen wir zu Chaos Tiger. Dein Päckchen wird endlich aufgemacht. Also wir haben schon reingeschaut. Es kam vor Silvester an und wir haben jetzt echt lange gebraucht, bis wir dieses Video machen. Aber wir machen es. Wir haben es versprochen. Wir haben es jetzt gemacht. Also wir haben reingeschaut. Die nächsten Päckchen kommen. Schau mal nicht vorher rein. Wir haben eingeschaut und wir haben erstmal einen ganz süßen Brief bekommen. Den lese ich jetzt erstmal vor. Hallo ihr beiden! Ihr habt viel zusammen durchgemacht. Und da wir nun in wenigen Tagen ins neue Jahr gehen, schicke ich euch ein Glückstüpfchen. Es war nichts Schöneres geworden, aber mit ganz viel Liebe gemacht und ganz viel Glück darin. Ich wünsche euch beiden alles Gute für die Zukunft und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so wie ihr seid. Liebe Grüße. Das Chaos Tiger. Das Chaos. Nicht der, die, die, das, sondern das. Okay. Ja, und ich finde das mega süß. Schaut mal. Ein kleines Glückstöpfchen wurde für uns gehäkelt. Total putzig. Und das kommt jetzt auch in unsere Rückwand. Und da packen wir es auch hin, weil ich freue mich total darüber. Aber das, ich finde es super süß, weil ich selber nie Zeit habe, mir was zu häkeln. Finde ich das mega süß, dass wir ein kleines Töpfchen gehäkelt bekommen haben, mit ganz viel Glück drin und mit ganz viel Herzblut. Weil so süß kann ich nicht besticken. Total niedlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Chaos Tiger. Ich freue mich mega, denn, was sagst du? Ich finde es mega süß. Vielen, vielen Dank auch. Ja, total süß und es kriegt einen Ehrenplatz bei uns im Regal. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.